Ach, so sieht es hier aus. Guten Morgen! So, die Schweiz liegt noch hier unter unseren Rädern, aber es geht jetzt in Windeseile über die Grenze und ab nach Italien. So, man kann hier schon sehen, die LKWs mussten warten, da darf immer nur einer fahren, wenn es grün zeigt. Und zum Glück ist die Straße so schön leer. Und wer kennt diesen Übergang nach Italien mit diesen Unterführungen, ist ja schon ganz normal und hier ist sie, die Grenze. Uh, ich habe schon wieder Schiss gehabt, ob jemand was sagt wegen dem Film, aber hey, gar kein Problem. Also, ich einfach weiter und ich wusste auch, dass man ganz entspannt noch weiterfahren kann hier auf der Autobahn. Gerade die ersten Kilometer, bis man dann aus den Bergen auch richtig raus ist. Wie ihr seht, die Tunnel hier, die sehen schon ganz anders aus. Als man das in der Schweiz gewohnt war. Weil die haben, finde ich, einen ganz anderen Stil. Die sind ganz anders erbaut. Die haben, ja, ich weiß nicht, so einen anderen Charme auf jeden Fall. Ja, hier ist ein bisschen, ja, Verkehr auf der Gegenseite gewesen. Aber ich habe einfach die ganze Fahrt schon so ein Glück. Ich komme so gut durch. Es ist der Hammer. Ja, ich habe dazu zu sagen jetzt auch noch, dass ich, ja, relativ knausrig bin mit meinem Geld und immer gucke, dass ich sparen kann. Und wie man hier sieht, ich befinde mich nicht mehr auf der Autobahn. Das ist es nämlich, ich fahre Landstraße, damit ich einfach mir die Maut sparen kann. Und außerdem sieht man dann noch ein bisschen mehr vom Land. Gerade hier auch mit diesen Bäumen. Boah, es ist so typisch italienisch schon. Obwohl ich einfach gerade eben noch eigentlich mitten in den Alpen war. Wobei man sagen muss, guckt euch mal den Horizont an. Könnt ihr noch Berge sehen? Die sind einfach weg. Wie ausgeschaltet. Sind plötzlich keine Berge mehr da. Ja, und das macht schon irgendwie stutzig. Das ist verrückt. Also, als ob man die irgendwie weggenommen hätte und ausradiert hätte. Es ging so schnell einfach. Ja, upsala, einmal kurz schräg gerutscht. Nicht schlimm, einmal gehalten und wieder aufgestellt. Nein, ich hatte einen kleinen Stopp gemacht und habe auch mal geschaut, was das Navi so sagt. Weil gut ist es, dem Navi zu vertrauen, aber manchmal zu kontrollieren ist ein bisschen besser. Weil, wie man sieht, sind auch manche Straßen gar nicht mal so breit. Weil, wenn ich irgendwann mal mit einem Camper zwischen irgendwelchen Gassen stecken bleibe, das wäre natürlich nicht so vorteilhaft. Naja. Aber gut. Jetzt sind wir in Italien und ja, ich muss mir ein bisschen was überlegen, was ich jetzt machen möchte. Ja, schon wieder einen kleinen Stopp einlegen. Das kann ich auch machen. Nein. Auf jeden Fall, mein Plan ist es jetzt erstmal, frisches Wasser zu bekommen. Ganz wichtig. Weil frisches Wasser erhält die Seele und fließend Wasser macht mich glücklich. Ich war nämlich sehr verwirrt hier. Man sieht, ich bin wieder auf der Autobahn. Ich war sehr verwirrt, dass das funktioniert. Trotz Maut in Italien. Aber manche Strecken muss man nicht zahlen. Und da muss ich mal sagen, danke Google Maps. Du hast mir genau die Strecke quasi jetzt rausgesucht, wo ich ein bisschen Autobahn fahren kann, ohne Maut zu bezahlen. Habe ich natürlich erstmal so genutzt. Naja. Ich aber trotzdem auf jeden Fall erstmal auf dem Punkt, wo ich Wasser auffüllen kann. Und ganz wichtig. Ich muss dampen. Ich wollte eigentlich auf einem Rasthof noch, bevor ich gestern Abend geschlafen habe, da wollte ich eigentlich schon dampen. Aber leider war dieser Rasthof zu. Das war ein bisschen doof. Naja. Da ist übrigens so eine kleine Stelle gewesen. Da wollte ich so gern halten. Weil, ja, das war irgendwie ein richtig cooler Charme. So mit den Bäumen und Büschen, die schon so halb abgestorben waren. Aber, naja, bin ich zu schnell dran vorbeigefahren. Und da waren auch zu viele Autos hinter mir. Oder zwei halt. Da kann man ja nicht auf einmal in die Eisen gehen. Das wäre blöd. Ja. Außerdem habe ich mich so, während ich durch diese kleinen Dörfchen gefahren bin, habe ich immer wieder gefragt, was müssen die Menschen wohl denken, um diese Jahreszeit hier einen Camper zu sehen. Weil normalerweise campen die Menschen ja eher im Sommer oder Früh, Sommer, Herbst, ja, was auch immer. Aber ich sehe tatsächlich super selten hier irgendwelche Camper. Weil normalerweise ist es ja auch so, wenn man Camper sieht, man grüßt sich untereinander. Und wie man sieht, ich sehe hier keinen Camper. Aber, naja, ich bin jetzt auf dem Weg zu einem Camperplatz, wo man kostenlos entsorgen kann, kostenlos Wasser kriegt und alles. Und neben diesem Camperplatz ist auch ein richtig großer Camperladen. Und in diesem Camperladen, da werde ich bestimmt auch mal reingucken. Und wahrscheinlich machen die das so, die günstigen Sachen oder das kurze Wasser holen, dass man da einfach sagt, okay, das wird jetzt übernommen vom Shop. Aber meistens ist es ja so, wenn da so ein Shop in der Nähe ist und Campermenschen sind da, dann wird natürlich auch in diesem Campershop ein bisschen was eingekauft. Ja, und das, denke ich mal, wird auch bei mir der Fall sein. Bei mir sagt gerade, mein PC-Akkustand ist sehr niedrig. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt nicht gleich weg seid. Das wäre blöd. Aber wir befinden uns hier ja auch schon gerade auf der Zielgeraden. Ich denke mal, in einer halben Minute werden wir auch ankommen. Und ich kann nur sagen, Italien ist der Hammer. Aber jetzt hier diese Region, ich glaube, ich bin gleich auch in Piedmont angekommen, also in dem Bundesland, ist doch sehr karg und sehr einöde in dieser jetzigen Zeit. Aber hier sind wir schon willkommen im Camperparadies. So, einmal nochmal kurz umparken, weil hier kann man nämlich das Wasser holen. Tada! Voll gut. Dankeschön.